Wir haben ein Ziel, angeblich. Wir müssen da hin, angeblich. Watson begleitet uns, angeblich. Die Frage ist, wieso benutze ich so oft das Wort angeblich? Die Frage ist, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin, zum Hafen oder wie? Angeblich, gute Frage, wo mussten wir, wo waren wir denn, ach Gott. Können wir noch mal in Dialoge gucken, was er als letztes gesagt hat? Guten Tag, Schöö. In der Tat. Eine traurige Geschichte, all die armen Seelen, die haben verlor. Ja. Genau. Und dann Textdokumente? Davies Code, und da hatten wir, aber er hatte sich doch noch mal mit, oder müssen wir jetzt noch mal, hat er das nicht gespeichert? Doch, doch. Wir haben auf den Punkt geklickt. Ja, aber hat er das gespeichert? Doch, müsste er gespeichert haben. Müssen wir mit dem Barmann noch mal quatschen? Ich bin gerade ein bisschen übergefragt. Wir müssen gerade mal wieder reinkommen. Guck mal, der lehnt doch da noch so auffällig. Gut doch. Na. Ach. Schottisch. Ah. Den kennen wir doch. Kommt drauf an, wo der Leuchtturm steht. In Berlin passt das schon ganz gut. Und du? Nee, 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 der steht ja an der stöderischen Küste. Äh, passt das nicht so hin. Ich würde mal sagen, wir müssen jetzt zu diesem Leuchtturm. Ja, ja. Toll. Aber ich bin in London. Da, 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 da. Ist der das nicht? Kai Nummer 13, da rechts steht doch so ein Leuchtturm. Ich bin doch aber in London und nicht in Schottland. Aha. Mhm. Wahrscheinlich will er, warte mal. Selbstgedrückt. Dann Wicks Haus. Ich wollte eigentlich zurück in die Baker Street. Ah ja, sind wir ja. Ja. Nein, der will doch bestimmt, will er jetzt wieder hier irgendwie so ein Rätsel machen von wegen... Ja, aber das müssen wir... Warte mal, wir hatten doch bei der Buchhandlung das Buch abgegeben. Ah ja, ja, ja. Bei dem, bei dem Fatzke Karte. Bei dem Fatzke? Wie, wie kam ich zur Karte? Nee. Äh, 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 vorsitzen, vorsitzen. Tab, escape, äh, rechte Maustaste. Mein Gott. Was für Tasten gibt's noch mal. Aber Buchhandlung wollte er doch nicht hin. Doch, wollte er hier nicht. Ich nehme alles zurück. Guter. Sister. Gott sei Dank. Nein. Der Kraken. Das ist der Playboy. Das ist der Playboy. Slender Das ist wie auf dem G8-Gipfel, das machen die da immer Oh Gott Na ja, ist mal was anderes als die Weltherrschaft Die Zeitung Warum hat man denn die Zeitung in Getaten, wie die jetzt so? Oh Gott, oh Gott Ah ja So, einer weniger, meine Damen und Herren Wer hat noch nicht, wer will nochmal HOMES Naja, es ist das Meer Mein Gott Kann ich jetzt laufen? Jetzt kann ich laufen Schnell Lauf, lauf Wo musst du denn überhaupt hin? Da irgendwo zum Ah, da Da hoch Oh, ich wollte erstmal hier Ich wollte mal Achso Schnell Ich kann nicht schnell Ich kann ja schnell Was ist das denn? Nein Ja, irgend sowas Huch Da kann es rein Oder auch nicht Oh, selben Dreck Kann man außen rum? Nee Also nicht hier What to do now Was ist denn da hinten links? Ich follow mal dem hier Ich meine, der hat mich doch nicht umsonst in diese Richtung rausgebrochen Achso Oder? Ii, was ist denn das da links für ein Stein? Ja Das ist besagter Hundskopf Irgendwas Den will er aber auch nicht andatschen Ii Äh, Runen Wo soll man denn da hin? Wo kommt denn der Dampf daher? Das ist so Quellen, würde ich sagen Da regen jetzt halt drauf und deswegen punchen die so vor sich hin Kann man da reinspringen? Oh Wer? Warte Ah, da guck Eine Karte So Er ist ja irre Mac Grinty Mac Grinty's Mann Mac Grinty's Mann Wem wurde denn mal die Kehle aufgeschlitzt? Das wies ich nicht Doch, doch Wir müssen uns nur erinnern Kunst begrüßt Watson Die nepalesische Familie Ah, Mensch Oder waren es die in dem Haus In dessen Haus wir waren Der da unten lag In dem In dem einen Raum Wurde dem die Kehle aufgeschlitzt? Der wurde doch irgendwie erschlagen Oder? Tja Stanwyck Hm, haben wir denn hier irgendwas? Bild einer jungen Frau Arnison Gigax Migax Mac Grinty Mac Grinty Der Name sagt mir überhaupt nichts mehr Ja, weil wir gut sind Ja Das hatte ja aber alles schon Das kann eigentlich noch gar nicht so lange her sein Sturm des Jahrhunderts Davies Code Brief von Mycroft Text aus dem verfluchten Buch Ja Können wir nächsten Mal anfangen Davies Code Das ist der Bruder Das ist dieser lange Brief Den du das letzte Mal irgendwie vorgelesen hast Ne Stand da irgendwas drin? Das ist immer nur Gigax Ne Und über Lord Rochester Archibald Colby Amos Colby Spears Spears Achso, hier ist ja das Das ist alles edelweiß Wer war Mac Grinty? Ich glaube es war War das nicht einer aus dem Aus der Hier aus dem Mädelweiß-Institut Du, ich weiß es überhaupt nicht mehr Gar nicht mehr Ich auch nicht Ähm Ähm Ja, sonst gucken wir halt kurz in die Hilfe Wir müssen ja jetzt nicht komplett durchklicken Boah, Hans Ah ja, das gibt es ja auch noch Das ist ein bisschen Hilfe Das Buch über Piratenweite Aha Ne Textdokumente Buch über Piraten Das ist die Tier- und Pflanzenwelt Erzählungen fantastischer Jagden Ne, aber das ist ja Jagd, oder? Vorher in Louisiana Die Minderberichte von den Weichen Afrika und Alligatoren Der Jagd von Flusskrebsen Die überwagerten sich nun den Sumpf zu betreten Das ist ja aber Sumpf und so Ja Das ist das doch nicht Brief, 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 Brief Professor Schwarz Brief, 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 Brief Telegram Etikett Was ist das denn? Von Blendsmouth Stärke des Kindes Stärke des Kindes Ach so Das war das aus dem Auch aus dem Institut Ja Das ist das nicht, oder? Ein Buch über Piraten? Haben wir denn sowas? Ha 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 Der Liebhaber seines Schwagers zu sein Wir beschließen nun dieses Kapitel über die Mannschaften berühmter Piraten mit dem schrecklichsten von allen dem gefürchteten High Mac Grinty Ha Nicht zuvor hatte eine Seefahrermannschaft so viele abschuldige blutige Unterdämpfe Böswicht, Psychopath, Seefahrer, und einfach Zahlreiche Zahlen Unstetigt wurde Ein Mann kommt In letzter Zeit Namen ist in Rasse Blablabla Ja, weiter Genau Genau Mit Grintys Schatz bitte Gold, was war kostbar Steine Das größte Was ist das Lager? Es muss ja irgendwas von wegen was Mac Grintys Frau gesagt hat War es doch Das ist schon Piraten in einem anderen Scharf Das eroberte das Schiff Im Laden rum in Lasse Das Meer hinaus Geisterschiff Ja Ah ja Das ist jetzt die letzte Fürchtete um seine Haut und versprach dem Kapitän Er sprach von Tunneln verborgenen Eingängen von See und Land aus Und wie man sie erreichen konnte den Anwesenden zufolge sagte er dies Aus der Mitte von drei spuckenden Mündern 30 Schritte Richtung Widder Das war dieser komische Kopf den wir gesehen hatten Mehr wollte er nicht sagen solange man ihm nicht sofortige Okay Diese Forderung kostete ihnen den Kopf Seine letzten Worte wurden kein Glauben gezollt Es waren bloß Lügen um das Leben eines verzweifelten Verbrechers vor der letzten Gerechtigkeit zu retten Also aus der Mitte von drei spuckenden Ich bin ja noch gar nicht angekommen in der Mitte 30 Schritte Das ist ja mit ihm nicht knusper Ja. Ja, ja, ja Ich glaube dass reicht nicht Du muss zurück gehen und zählen was wir hören. Achso. Ja. Ja, ja, ja. Also. Eins? Ich hab schon einen gehört. Okay. Drei. Ich lass ihn einfach mal latschen. Ich denke mal hier irgendein Stein. 27, 28, 29, 30. Ja. Es ist also hier nichts mit Zählen. Ja. Ja. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Wir haben nur die komische Lampe. Hier, nimm doch so ein Ding. Ich meine, besser geht's doch nicht. Haben wir nichts anderes? Nee. Oh, kann man sich hier draufstellen? Oh. Könnte ich mal probieren, ne? Glück. Oh. Schade. Toll. Ja, was denn? Jetzt muss ich wieder hier alle Laternen abmachen. Nee, warte mal. Da hinten war irgendwie so ein... Wo war denn das? Da? Da liegen welche. Da ist irgendwas zerbrochen. Ein Schiff. Da liegt ein Seil. Das sieht gut aus. Seilchen. Das ist das beste, was wir haben. Ja, ja, ja. Komm. Ich glaube, das musst du einfach nur um den Stein rumwickeln und dann ziehen, oder? Ich weiß nicht, ob er auch nicht noch was mitnehmen will. Deswegen gehe ich jetzt ja einmal alles ab. Oh. Hier ist Ende. Ende Gelände. Na gut. Wo war jetzt der Stein? Da. Der da. Oh ja. Überall Ronen auf dem Boden. Meine Fresse. Und das ist alles ohne Regenschirm. So. Aber. Na komm, das war ich jetzt noch. Da hast du das. Was braucht er denn noch im Himmelsbild? Da ist noch was. Hier rechts ist noch. Ja. Eine Eimmasche. Guck mal, einmal. Willst du nicht? Nee, will er nicht. Da ist noch ein Seil. Fass. Ah. Aha. Wieso schreit der eigentlich so? Weil es richtig nicht. Hier ein Seil. Nee, willst du nicht. Ich weiß nicht, ob das eine nicht findet, oder was? Hä? Fässer mit Süßwasser. Da hieß doch ein schöner Eimer. Die wäre doch ganz gut. Ja, aber was will er denn mit dem Fass mit Süßwasser? Das leuchtet mir nicht ein. Na, Süßwasser braucht man halt, glaube ich, um hier einfach, wenn du hier überleben willst. Aha. Kannste. Kann man, kann man. Warte mal. Kann man, kann man, kann man. Nee. Na gut. War ja nur eine Idee wert. Bin ich jetzt schon deppert wieder? Wir haben gerade erst angefangen. Weiter geht er aber hier nicht. Sag mal. Nee, ist das immer. Da guckt irgendwas aus dem Boden raus. Das will er das nicht mitnehmen. Ist auch aus kaputt. Das hoffe ich. Würde ich auch nicht mitnehmen wollen. Was gibt es denn noch? Äh. Hier gibt es noch aber nichts. Rechts nochmal gucken. Ja. So, hier ist wieder Ende. Hier Lende. Da oben drauf geht es aber auch nicht. Mal gucken, ob er da hinkommt. Ja. Was ist das denn? Huh. Kann aber nicht rein plumpsen. Na gut. An der Stelle, ach, wüsste, übergebe ich einfach an dich. Ja toll. Ich darf es wieder ausbaden. Ich freue mich. Irgendwo finden wir schon auch was, was wir will. Bis dann.